ja theoretisch schon ja aber gut du hast ja noch die ja das ist weg ich hoffe das ja das richtig ja nur kann ich ihn nicht aufnehmen ja weil ich nicht am punkt habe sie kannst du da irgendwie was machen ich gucke nein nichts machen ah geil ja so du tun wir das dann einfach überspringen wenn du das drin hast das ist der zweite abschnitt von der straße die ich heute vormittag ja what the fuck was so fick ist jetzt passiert ich klipp das mal wir sind ineinander ah ähm ja ich würde gerne landen ok äh 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 ok ok äh äh